So, hier bin ich wieder zurück, also ich weiß nicht, wo der Fehler liegt, also ich hab jetzt ein anderes Level mal ausprobiert mit Fraps, also da lief es einwandfrei und komischerweise jetzt beim siebten Level, da spackt der irgendwie rum. Ich hab Fraps ausprobiert, aber, also es tut mir jetzt leid, dass es hier so komisch rüttelt, also dass es hier so komisch aussieht, tut mir leid. Dafür kann ich wirklich nichts, also ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Tut mir leid. So, dann wollen wir mal, ja, das war eine rote Münze, das war auch eine rote Münze, gut, gut, gut. So, naja, vielleicht ist das beim nächsten Level wieder weg. Ich hoffe es mal. Und, wenn man, oh, hier muss man vorsichtig sein, weil, wenn man die berührt, die Sporen, dann, ja, wie kann man das jetzt am besten ausdrücken? Dann steht Yoshi unter Drogen. Dann steht's richtig, hi. Ich kann's ja mal demonstrieren. So sieht's dann aus. Uh, hi. Wir sind auf Drogen. Ja, ja. Oh, oh, man, ich krieg die Blumen, ich schitte. Ah, komm. Gut. Und das waren Knallherpsen. So, Sterne einsammeln ist auch sehr wichtig. Oh, wir haben schon die 30 geknackt, das ist gut. Oh, uns fehlen noch ein paar Münzen, aber ich weiß, wo die sind. Oh, das ist so fies. Irgendwo hier... Hier... Nee, jetzt hab ich ein Fehler gemacht. Shit. Oh, nochmal. Toll, jetzt komm ich nicht ganz zurück. Nee. Ja, 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 ja. Gib mir den Beat. Shit, ich muss nochmal kurz laden. Oh, damn it. Fail. Ich muss aufpassen, wann ich da die roten Eier benutze. So. Ja, ich spuck mit einer Kernmelone umher. So, jetzt die roten Eier aufsammeln. Ach, das... Oh Gott, den Schlüssel... Äh, vielleicht... Wär das doch gut, dass ich nochmal zurückgespult hab. Ich hab den Schlüssel total übersehen, ey. Sowas geht doch gar nicht, ey. Und was für ein Bonusspiel erweitert uns hier? Goldregen. Schnapp dir mehr Müssen als dein Gegner, bevor die Zeit abgelaufen ist. Oh, das ist total einfach. Wenn man den Trick beherrscht mit der Zunge, dann ist das sowas noch von einfach. Okay, manchmal hat der Gegner Glück. Aber nur manchmal. Weil der Gegner hat keine lange Zunge. Genauso wie Fia. Ja, komm. Du kannst nicht immer Glück haben, Gegner. So, gut. Die Zeit ist gleich aus. Äh, um. Entschuldigung. So, und geschafft. Oh, das ist... Das ist einfach. Viel angenehmer als diese Tassenkombination. Scheiße da. Warte mal. Ich hab ne Idee. Nein, das war nicht die Idee. Drei Eier. Eins, zwei, drei. So. Ich hoffe, das klappt so, wie ich es mir vorgestellt hab. Ja, doch. Ja, doch. Sehr schön. So, dann aktiviere ich mal kurz die Speed-Taste. So, dann geht's auch im Pushkin schneller. So, das reicht. Oh, toll. Oh, toll. Das hab ich erst sonst gemacht. Toll. Oh, Renny, du bist doch manchmal ein Doobie. So. Oh, nein. Nicht ausspucken. Runterschlucken, Yoshi. Danke. So. Ja. Bam. So. Also, wie gesagt, das könnte auch an dem Level nur sein. Dieser komischer Bug, den man da jetzt so lange sieht. Also, das tut mir leid, dass das jetzt auf einmal so ist. Aber komisch, von Welt 1 bis 6 gab's keine Schwierigkeiten. Aber jetzt komischerweise bei Welt 7. Komisch, komisch, komisch. Ich hoffe, das behebt sich wieder. Zumindest bei Level 8 dann. So. Und Münzen. Und wir haben schon mal volle Sterne. Das ist gut. So. Ei haben wir noch genug. Das ist nämlich auch wichtig. So. Und die letzten Münzen. Die roten Münzen. Die sind gut versteckt. Die sind... Moment. Ich glaub, hier oben war das. Okay. Wo war das jetzt? Das war irgendwo hier. Das muss ich raten. Toll. Keine Eier mehr. Rückspultasse. Hilf mir. Irgendwo hier. Irgendwo hier war das doch. Moment, ich aktiviere gleich in den Safe State. So. Irgendwo hier. Was ist das doch? Ich bin doch nicht blöd. Hä? Hä? Wo war das? Ähm. Hä? Hä? Wo war das? Ähm. Ah, da. Da. Okay. Ja. Das ist wirklich eine gemeine Stelle. So gut versteckt. So. Was hat der Stelle... Ah, okay. Frag beantwortet. Ich wollte gerade fragen, was hat der Stein jetzt hier zu suchen? So. Geist, die als Blumen verkleidet sind. Oh je, Mini. Und da ist eine freundlich... Naja, so freundlich ist die Blume auch wieder nicht. Weil wenn man da die Blütenblätter da berührt, dann nimmt es natürlich Schaden. Und das ist gemein. So. Jetzt haben wir alle roten Münzen. Und somit dürfen wir das... Ja, komplett haben. Sehr schön. Komisch. Hier ist der Bug irgendwie weg. Ich weiß nicht, woran das liegt. Tut mir leid. Und jetzt ist er wieder da. Wetten, ja? Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Tut mir leid. Ich hoffe, dass das jetzt in der nächsten Welt... ...äh... ...weg ist. Und wir haben wieder Bonus. Super. Dun, 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 dun. Und... ...100 Punkte. Super. Boah. Ja. Noch ein Level und dann höre ich erstmal auf mit der langen Testaufnahme. Und was ist das? Kartenschnipsen. Platziere den Kurser und drücke einen beliebigen Knopf, um die Karten aufzudecken. Wenn du eine Karmik-Karte erwischst, gehen alle bereits gewonnenen Gegenscheine verloren. Und du kannst das Spiel zu jedem Zeitpunkt beenden. Ah ja, das ist auch toll. Aber da werde ich auch ein bisschen schummeln mit der Rückspultaste. Wenn ich jetzt daneben nehmen sollte. Weil ich möchte hier die Sachen natürlich auch behalten. Oh ja, das sind tolle Sachen. So. Ich tippe hier. Nein, Schiete. Nein. Okay, aber ich weiß jetzt, wo der Kamek ist. Ja, ich weiß, das ist gemein. Aber ich möchte auch die Sachen hier haben. Und wir kriegen noch zusätzlich noch 10 nehmen. Genau. Yay. So, das werde ich nur kurz bieten. Gut. Hervorragend. 34 nehmen. Na, kann man zufrieden sein. So, und jetzt kommt der Oberboss von Welt 1. Ich hoffe, das spackt jetzt hier nicht so rum. Schleimis Schloss. Oh Gott. Oh je. Ne, jetzt ist das hier wieder normal. Ne, dann lag das anders. An Level. Tut mir leid. Ich wollte... Ich habe mich schon gewundert. Ich habe doch Fraps richtig eingestellt gehabt. Also, ein Fraps konnte das auch nicht liegen. Uh, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Weil unten ist Lava. So, so. Das Schloss von Schleimi. Und der Fisch ist nervig. Der tut zwar nicht weh, aber er schleudert Yoshi zurück. Mit einem heftigen Wasserstrahl. Und dieser lange, dünne Geist hilft uns. So, ja. Die sind freundlich. Ja, ja. Und da ist eine Blume. Und jetzt geht es zur rechten Seite. Schaffe ich das so? Oh, nein. Leider. Oh, fehlt. Das schaffe ich auch nicht. So, jetzt aber. Fisch, hau bloß an mit deinem Strahl. So. Oh, Wahnsinn. So. Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. Und nochmal Sterne. Das ist noch besser. Wir haben schon die volle Sterne gleich erreicht. So, und jetzt geht es unten rechts weiter. Und hier sind schöne, tolle Platten.